Hallo, willkommen zu einer Folge in der Space, Sonic Frontiers und da hinten wartet Tank auf uns. Zeit für die Action, yo! Na los Tank! Let's go, buddy! Auf ein neues. Der hat uns ja letztes Mal gekillt, aber jetzt wissen wir, wie das geht. Ich bin ja noch in der Tutorial Phase. Ich kann mich nicht mehr zacken. Ich kann mich nicht mehr Attacken, aber jetzt muss ich echen. Auf Wiedersehen, ich bin ja noch in der Techniken, mit den Schleisch-Beräusern, aber jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr so, wenn ich für mich leidige. Ich habe diese Variante wie es zu machen. Ich bin ja nicht mehr Gleisch-Bergisch und gelobt. Ich bin ja nicht mehr so, die Bl 삼'in. Ich biologisch! Also gibt es, dass die Freien-Bergische und schweifeln zu schritten. Soll ich mich nicht mehr? Let's holen, wer die Feier-Bergische und hoffen. Okay, da ist der Faller. Wow! Au, ich krieg dich in den Schaum. Bin ich gebohrt? Ich bin da alt. Okay, ich hab eine Erinnerung. Fuck, wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Fuck, wo ist der Ring? 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 Nein! Nein, bist du ja tot. Oh, fuck, Mann. Okay, Tank. Tank, du bist. Heftig. Ich seh's hier ein. Bist ein starker Gegner. Bist ein starker Gegner. Aber wir schaffen den. Komm. Wow, direkt faden, ey. Ah, das war's. Das ist nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Okay, wir haben das System. Okay, ja. Okay, wir haben das System. Okay. Hallo, ich hab's doch eigentlich anvisiert. Okay, wir haben das System. Okay, wir haben das System. Wir haben das System. Okay, 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 wir haben das System. Okay. 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 Okay, wir haben das System. Okay, wir haben das System. Okay. Okay, wir haben das System. Okay. Ey, es messen nicht weg. Okay, mein Großer, du warst du? Ja, Tempo erhöhen. Ich will noch mal Tempo erhöhen. Das ist ganz schön heftige Feuerkraft. Omega wäre neidisch. Omega, ich bin unniga. Oh, jetzt noch gewanding. Mal gucken, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall da hin. Okay. Wow. Ich hab noch... Ich weiß nicht, dass ich über drei Sekunden noch Zeit habe. Wird es einfach gut oder einfach alles so einfach? Keine Ahnung. Okay. 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 Ups. Da will ich es noch mal. Oh Mann, ich bin zu schnell. Ich bin, ich bin Sonne, ich bin. Okay, die sind hier. Oh, ich kann meine Vandalen. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Aber weiter in die Richtung. Okay, hier ist noch ein Schlüssel. Und reicht das? Noch vier. Hier. Einfach gegen treten. Pazien. So, das reicht auf jeden Fall. Also mit Knuckles-Train machen wir hier das Level. So, dann macht euch bereit für das nächste Level. Falsch, ja? Auf geht's, mal gucken, wo wir sind. Ja, wir sind wieder in Shaded Band, natürlich. Leider nichts Neues. Hallo? Oh, ich dachte, ich werde tot. Also ich denke, das Level haben wir ein bisschen verpackt, dann können wir uns nochmal spielen. Ich hätte nur noch nach irgendeinem Nutzen. Das ist nicht mehr, sonst hängt Sonic sich überall auf. Hallo? Ja, das können wir erneut versuchen. Ich denke, das ist ein bisschen verpackt. Das war's für heute. das war auch nicht so prall das war nicht so prallend ich habe es so prallend ich bin so prallend ich bin so prallend ich bin so prallend WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der Name gab es. Mit 55 Sekunden sind wir noch bei S gewesen. Aber so kann ich das jetzt erst mal verlassen. Erst mal. In den Knuckles. Drei Modul ist das gehalten. Den holen wir uns jetzt. Drei Modul ist das gehalten. Wie lange kann eine Animation gehen? Ja. 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 Keine Ahnung. Die Stimme sagt mir aber erst mal, hol den Chaos Emerald. Ja. 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 Die Stimme ist es. Ja. 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 Mäh. Das ist so gut. Ja, vielleicht werde ich das App dazu ziehen, dass du das gleich gut bist. Ja, vielleicht werde ich das gleich gut sein. 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 Das habe ich schon mal erlebt. Wir sehen irgendwie einen Kampf aus der Vergangenheit. Imposante Verteidigungsanlage. Vielleicht wäre das was für meine Insel. Und weg sind sie. Ja, vielleicht kann es gehen. Mein Nackel freut sich, Krieg. Ganz so imposant war sie dann wohl doch nicht. Alle sterben sind. Ich freue mich dann zu Hause auf deine Schlachtberichte. Zu Hause? Ich integriere dich ins System. Gebe dir Kontrolle über das ganze Eggnet. Du wirst alle meine Roboter verletzen. Du wirst eine angenehme Abwechslung sein zu Robot und Cubot. Sie wurden von dir erschaffen, wie ich. Sie wären also... ...meine Brüder? Auf eine Art. Das wäre sehr schön. Ja. Okay. Jetzt haben wir ein paar Family-Stories. Bevor wir uns an den Emerald holen, tun wir uns bei diesem... ...Bäuder noch... ...erlegen. Okay. Was ist das? Und da war's, bamm 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 Ja, hallo, wir kennen uns ja Komm gleich zu dir Ch sounds Ich bin die Ne Drive Das ist ein 노�erst słiniz Bamm 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 Pam 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 oh oh that's that's something else let's get my window now ring over Aber der Boss kommt extrem easy, einfach nur, weil er kommt, so ein Geflug nicht angereist, oder? Aber naja. Und tippt! Erst kommt ein Aerofoil. Obwohl eigentlich kein Mortalism soll, wenn ein Aerofoil, ne? Man, ob die Ringer hier auf, ähm, schon hat's weg. So, was haben wir hier? So, noch ein Level. Und das lohnt sich ja mega hier zu sein. Und dann machen wir dann hier dann ein bisschen weiter. So, dann beteiligt die Zuschauer, steht jetzt rein. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Adios!